Musik Verehrte Fußballfreunde, seien Sie froh, dass Sie zu Hause sind, im gemütlichen Wohnzimmer. Das Wetter, das kann sich ja heute wirklich nicht entscheiden, was es will. Wir müssen uns darauf einstellen, dass zwischendurch immer mal wieder ein kleiner oder vielleicht auch ein größerer Regenschauer auf uns niederprasselt. Die Fans hier auf den Rängen kann das allerdings überhaupt nicht abschrecken. Schließlich sind ja alle Tribünen überdacht. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Okay, es sieht nach einem klassischen 4-4-2 aus. Die Entscheidung getroffen werden, nochmal nach außen verlagern oder vielleicht das Zusammenspiel mit einem der beiden Angreifer suchen. Oder mit einem Sahnepass in die Schnittstelle den Mitspieler vorne in die Spur schicken. Und das alles geht. Los geht's. Da ist die Chance. Aber Astrein vom Ball getrennt. Da geht ja überhaupt kein Risiko ein. Sehr guter Ball vor das Tor. Weg mit dem Ding. Und er dribbelt und dribbelt und dribbelt immer noch und er dribbelt immer weiter. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Und er ist zur Stelle. Und die nächste Chance. Abgewährt. Gefährlich, wenn er den kriegt. Der kommt richtig lang. Den Ball weit rausgehauen. Einfach mal lang nach vorn. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ja, guter Ball. Ganz simpel. Einfach nach vorne. Ja, das sah schon nach V-Spiel aus. Ja, Schiedsrichter hat auch gepfiffen. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Und geklärt. Einfach nach vorne geschlagen. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Abnehmer hätte er. Toll gelöst. Die Kugel kommt ganz gefährlich vor Stor. Schlauer Pass. Schießt ihn auf ganz, ganz großes Kino. Was für ein Weltklasse-Treffer. Unglaublich. Ein fantastischer Abschluss mit einem herrlichen Volley-Schuss. Wenn dich irgendjemand fragt, komm, zeig mir mal die Schönheit des Fußballs, dann zeige ich ihm dieses herrliche Volley-Tor. Weltklasse-Technik. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Der Treffer fiel in der Endphase der ersten Hälfte. Und hier steht es 1 zu 0. Kurze Ecke. Und die Flanke zum langen Pfosten. Da ist probiert's. Einfach weg mit dem Ding. Anbrennen lässt der hier nix. Das ist das Ende der ersten Hälfte. Die Zuschauer sind mit dem Klasse-Spiel ihrer Mannschaft hochzufrieden. Mit dieser Leistung kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Ich schätze, dass die Partie jetzt viel offener wird. Das muss sie ja auch bei diesem Spielstand. Bockstarke Aktion. Er flankt. Und geklärt. Den hat er ganz genau geschnuppert. Ja, klare Geschichte. Das gibt Abstoß. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Den hat er. Ball kommt. Er fliegt. Starke Fluganlage. Da ist er traurig. Völlig zu Recht. Es wäre ein Traumtor gewesen. Schussgelegenheit. Viel zu weit am Tor vorbei. Sie nutzen ihre Möglichkeit nicht. Sie bekommen die zweite Chance und sie nutzen auch diese nicht. Den muss er. Er trifft. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach. Der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend. Besser geht's nicht. Der kommt in ganz Gift stark angesetzt zum Kopfball. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16 Meter Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Und sie bekommen hier den Freistoß. Vielleicht die letzte Aktion des Spiels. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ehrmahnung. Gut verteidigt. Es ist nicht mehr lang. Dann ist die Partie vorbei. Gibt's hier nochmal eine Überraschung. Da ertönt der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Beide Teams waren sich heute einfach zu ähnlich, als dass es hier einen Sieger hätte geben können. Hansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte.